Willkommen zurück Schnuffis bei Level 2 von Feist Okay, eine Falle, nett Oh, noch eine Falle Ich glaube, das mit dem Werfen und Zielen und so muss ich noch ein bisschen üben Ja, muss ich Ah ja, Fallen kann man auslösen Sollte man wohl auch Moment, ich kann ja hier drauf Ah ja, so geht das einfacher Weee, hörst du wohl auf? Bitte in Frieden, Viech Wie ist das jetzt hier? Ah, ich sehe nichts so So, da rauf, hier rauf Und da rauf Das wird kein einfaches Spiel werden Hahahaha Entschuldigung Oh, die hat es überlebt Ah, interessant Das heisst, diese Dinge sind dann nur für mich gefährlich Das macht es nicht besser Ähm Du versuchst da ernsthaft hochzukommen Das Viech wird mich echt fressen Ich kann das hier schubsen Ich kann das hier schubsen Ha ha Ähm, Entschuldigung Halt Ach, da komme ich wegen des Tannenzweigs wieder nicht rüber Ah ja Jetzt bin ich natürlich verletzt Das ist schlecht Du willst mir nichts tun? Hm, ok Gehe ich mal da rüber Ja, besser war es Schön weit Weg Weg Da unten eine Falle Wie soll man denn da hinkommen? Und warum? Warum? Aha Das macht für mich jetzt zwar keinen Sinn, aber Könnte ich die eigentlich auch aufnehmen? Ah Ah Jetzt habe ich was zum Prügeln Oh Funktioniert das auch? Ah, ich kann auch Dinge aus den Bäumen schlagen Was bist du? Freund oder Feind? Äh Äh Okay Das war Nicht freundlich Okay Der ist auch noch schneller So Damn Wie komme ich jetzt hier weg? Wie komme ich jetzt hier weg? Oh, so nicht, ne? Ja Ein erster Größerer Gegner Was war das jetzt? Was hat mich jetzt da getötet? Egal Mal Ich glaube, ich habe da was vergessen Ich habe da was übersehen Jetzt weiß ich wenigstens, wer diese bösen Fallen aufstellt gegen die armen Gnirlis So Dann wollen wir diesem Troll mal zeigen Ups Ob das eine dumme Idee ist Knirlis fressen Schwein Sehen Blöööööööööh Gnämm Schönen Gnämm 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 Aber hier kommst du nicht. Der kann mich nicht... Wow, okay. Das wird kein leichtes Spiel. Ja, wenn man Unsinn macht, so will ich gerade. Dann schon zweimal nicht. Ist das Viech jetzt eigentlich tot oder nicht? Ja, es ist tot und noch immer gefährlich. Gut, das ist kein Mario. Mal sehen. Wie lange ich dieses Spiel spiele, bevor mich die Lust daran verlässt. Weil einfach ist es nicht. Ups. Ja, man zielt auch nicht irgendwie automatisch in dem Spiel oder so. Das Ding will echt noch mehr. Ja, ich hab noch was. Hm. Ich geh nochmal was suchen. Da war's. Musik 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 Das hört sich jetzt aber nicht so nach einem Sieg für mich an. Definitiv nicht. Ich hab ihn wahrscheinlich nur böse gemacht. Okay, ich nehm das jetzt mal als Erfolg. Wow, okay, das nächste Level demnächst. Tschaui!